Schlägt Bayern bei Chelsea zu? Es wird heiß im Verteidigerkarussell beim FC Bayern. Benjamin Pavard drängt weiterhin auf einen Abschied. Ein Wechsel zu Inter Mailand könnte unmittelbar bevorstehen. Die Italiener haben dem FCB laut Gianluca Di Marzio eine Deadline für einen Verkauf gegeben. Wechselt Pavard nach Mailand, brauchen die Bayern Ersatz. Der könnte aus der Premier League kommen. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben die Münchner beim FC Chelsea angeklopft. Dort sollen sie sich nach Trevor Chalobar erkundigt haben. Der Rekordmeister will den 24-Jährigen ausleihen. Die Blues haben ein erstes Angebot allerdings abgelehnt. Sie wollen ihn lieber direkt verkaufen. Gut möglich also, dass die Bayern nochmal nachlegen. Entweder mit einem erhöhten Leihangebot oder gleich mit einem konkreten Angebot für eine feste Verpflichtung.